Geld verdienen mit Digistore24. In diesem Video zeige ich dir, wie du es schaffen kannst, noch heute 100 Euro im Internet zu verdienen. Und nein, das Ganze ist keine Abzocke oder Betrug. Porsche Cayman S, Jums! Bleib jetzt dran und ich zeige dir die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du benötigst einen Digistore24-Account, den kannst du in 2 Minuten erstellen, Link dazu in der Beschreibung. Ein Internetzugang und etwa 30 Minuten pro Tag. Das Vorgehen sieht folgendermaßen aus. Du erstellst dir, wie gesagt, diesen Account, Link dazu in der Beschreibung oder du gehst einfach auf Digistore24, gibst du bei Google ein und kommst auf die Seite, drückst dann auf Registrieren, aber wir machen das gleich nochmal zusammen. Dann suchst du in Digistore24 auf dem Marktplatz nach Online-Geld verdienen, klickst auf Jetzt promoten und dann erhältst du einen Link. Und diesen Link musst du kopieren und kannst den dann posten und mit diesem Link kannst du dann Geld verdienen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeige ich dir jetzt live am PC. So, wir sind jetzt auf Digistore24.com und jetzt kannst du dich hier entweder anmelden oder hier registrieren. Wenn du schon ein Konto hast, kannst du dich natürlich anmelden und wenn du dich registrieren willst, kannst du hier unten einfach dein Username, dein E-Mail und so weiter angeben. Und ich habe jetzt hier mal ein Test, eine Test-E-Mail erstellt und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir melden uns jetzt hier erstmal an. So, und jetzt klicken wir hier oben auf Marktplatz. So, jetzt sind wir hier im Marktplatz und hier gehen wir jetzt bei Produktname bei der Suche Online-Geldverdienen ein. Und jetzt kommen wir auf dieses Produkt hier, Online-Geldverdienen erfolgreich im Internet. Und hier sehen wir jetzt schon, Verdienst 100 Euro. Und das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir klicken jetzt hier auf diesen Link. Und das ist jetzt unser persönlicher Link. Den kopieren wir einmal. Und diesen Link fügen wir jetzt in eine neue Seite ein. Und dann kommen wir auf unsere Bestellformular-Seite. Und hier, hierüber kann man dann den Kurs buchen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal machen. Dann klicken wir hier rauf und hier kommen wir dann zum Produkt. Und dieses Produkt, sehen wir hier schon, kostet knapp 400 Euro. Und wenn dieses Produkt verkauft wird, erhältst du 100 Euro an Provision. Das heißt, du hast jetzt deinen persönlichen Link. Und diesen Link, den du jetzt hier kopiert hast, den postest du jetzt meinetwegen auf Instagram, auf TikTok, auf Google einfach nur in irgendeiner Werbeanzeige zum Beispiel. Oder auf Facebook in einer Werbeanzeige. Und wenn irgendeine Person diesen Link anklickt und darüber das Produkt kauft, dann erhältst du 100 Euro. Du musst im Prinzip eigentlich nur zweimal klicken und verdienst damit dann deine 100 Euro. Dieses Video ist übrigens aus dem Kurs, den ich hier beschrieben habe, Online Geld verdienen, erfolgreich im Internet. Es gibt jetzt eine Sonderaktion. Und zwar, als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% auf den gesamten Kurs. Der Code dafür ist YouTube20. Der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung.